Servus allerseits, da bin ich wieder. Ich habe kurz mal ins Logbuch geguckt. Wir haben erfüllte Missionen. Krieger aus Nordmar, der fremde Krieger, haben wir erledigt. Der fremde Krieger aus Nordmar war nun gesprächiger, wurde gemeinsam mit seinen Gefährten Lars von Hüstenräubern überfallen, während Harkon sich retten konnte, wurde sein Freund Lars gefangen genommen. Ich habe Harkon meine Hilfe angeboten, um Lars zu befreien. Das haben wir ja gemacht. Krieger aus Nordmar. Ich habe Harkon mitgeteilt, dass Lars frei ist. Tja, ich denke, dass ich mit dieser Aktion zwei neue Freunde gewonnen habe, die mit mir durch dick und dünn gehen und nicht durch dick und doof. nicht? Lars Waffen habe ich alle wieder gegeben. Das ist cool. Jetzt bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Werde ich jetzt die Ahnen... Moment mal, was war denn das jetzt? Ruf der Ahnen jetzt machen. Oder gehe ich noch mal alleine rum auf Anraten und gucke, was ist noch eventuell hier an den Mauern beziehungsweise an der Felsenklippe. Leute, es tut mir leid. Es ist jetzt ein bisschen... Ich habe jetzt hier neu eingerendert. So, jetzt muss es klappen. Sorry, dass es ein bisschen ruckelig ist. Beim Neustart des Spieles muss man so ein bisschen einrändern. Das ist klar. Okay, machen wir jetzt mal erstmal ein Schläfchen, ein Nickerchen in diesem schönen Bustbett. Und dann gucken wir mal, wie es am nächsten Morgen aussieht. Okay. Die Leichen sind immer noch alle da. Ich glaube, eine habe ich vergessen zu looten. Ich bin mir nicht so sicher. Schauen wir noch mal. War das jetzt der hier? Ja, der war das. Habe ich im Schnitt gesehen, mitgekriegt. Gut, dann haben wir hier noch mal ein paar Sachen zu holen. Ist das ein Fail? Ja, sogar ein paar Pfeile liegen noch rum. Da liegen ja noch mehr Pfeile rum. Mann, oh Mann. Das waren noch die, die die ganzen Wüstenräuber verschossen haben, oder wie, oder was, oder wie. Äh, ne, hier gibt es nichts mehr. Okay, dann war es das. Vielleicht hier noch irgendwo was in der Art. Nö. Ja, dann, äh, er schwebt. Harkon schwebt. Was hast du denn jetzt als Gesprächsoption? Äh, okay, das ist noch die Armbrust-Fähigkeit. Ja, Ruf der Ahnen. Da passiert noch nichts. Da kann ich sie nicht mitnehmen. Jedenfalls kommt mir das so vor. Jetzt gehe ich weiter entlang. Und zwar... Und zwar jetzt mal hier in diese Richtung rum. Gucke aber erst noch mal auf der Karte. Ähm, weil... So, Karten hier. Das ist ja meistens die hier. Nein, die ist das nicht. Die da. Genau. Jetzt muss ich mal selber gucken, wo ich hier bin. Okay. Also, linke Seite. Ich befinde mich unterhalb der Plantage. In der Mitte auf der linken Seite. Und, äh, ich werde doch in diese Richtung gehen. Und, äh, erstmal sicherheitshalber alles nochmal absuchen, was eventuell noch zu finden ist. Und melde mich dann wieder. Ja, hier gibt es ja noch eine Ecke, wo ich auch noch gar nicht war, weil es da wieder mein Crawler gibt. Ich befinde mich jetzt also links unten im Basement hier. Also, sozusagen, ähm... Klar. Ah, ich wusste es. Sozusagen ganz unten auf der ganz unteren Geschichte. Ähm, Artefakte. Komm her. So, das Ringelchen ist jetzt hier. So, jetzt aber noch mal ein bisschen einen Kampf. Es sind natürlich mehrere. Machen wir mal, wie das hier aussieht. Ah. Machen wir das so, dass wir erstmal mal so einen anritzen hier, der hier mal kommt. Und dann, äh, werde ich auch diesen Kampf mal beschleunigen. Indem ich die Sandcrawler mal, äh, im Off kille. Oh, der letzte Sandcrawler hier. Und da hinten habe ich schon ausgemacht, das sind Hyänen. Mal gucken, ob wir die Hyänen auch mal... Ja, die kommen schnell. Sind schon leicht verletzt. Ich bin auch ein bisschen verletzt, aber egal. Wir holen hier die Hyänen, Hyänen looten, guten, super. Ok. Dann haben wir hier die Ecke auch schon einmal wieder gereinigt. Und weiter geht's. So, einmal You spin me right round, baby right round. Hier eine Felswand entlang und hier haben wir ja noch einen Golem vergessen. Gehen wir mal eben fix da niederstrecken und ihm sein Herzerl klauen. Ja, die Runde ist jetzt gemacht. Das könnt ihr auch sehen oder das kann ich auch feststellen mit Roland zusammen, dass wir jetzt da hinten wieder auf den Turm zu laufen. Dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Machst du jetzt einen Sprung zu den Nomaden und dann hin zu diesem Teleport Plattform, zu dieser Teleport Plattform. Um mal eben den Teleport auszuprobieren. Ich glaube, ich mache das mal. Okay, Nomaden. Und dann brauche ich nur noch ach, ich frage mal Merkurius. Ja, wieder was Neues hat. Oder was ich hier vergessen haben könnte. Habe ich alle Runensteine? Nö. Moment mal, hast du eventuell noch ein bisschen Getränk für mich? Das wäre mal wichtig zu wissen. Ja, okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann werden wir das mal ein bisschen aufkaufen. Oh, das ist reine Lebensenergie. Muss ich aufpassen. Okay. Ich habe noch ein paar wertvolle Sachen, aber die will ich an jemand anderen verkaufen. Wen könnte ich denn als Bruce and Oyo? Wer war denn hier noch mal Händler? Autsch. Autschen. Moment mal. Ich kann mir das nie merken, wer hier noch ein Händler war. Ich kann natürlich auch unter... Willst du ich noch mal mit mir? Nein, will ich nicht. Gut. Ich könnte noch mal gucken. Unter allgemeine Infos. Hier, das ist ein Schmied, das ist ein Händler. Male. Hey. Zeig mir deine Ware. Dann werde ich mal mein Zeug, was ich doppelt, dreifach habe, werde ich mal wieder an den Mann bringen. Gut. Da haben wir uns wieder Taschengeld eingehandelt. Ich mache mal die Musik an und speichere ab. Nee, jetzt fällt es mir ja wie Schuppen aus den Augen, dass ich eventuell doch mal noch zum Beliaturm rüberfetze. Bitte jetzt keine Missverständnisse. Ich werde mal zum Beliaturm rüber, weil mir noch diese großen... Na, wie heißen sie nochmal? Sorry. Die wollte ich haben, richtig. Die Trolle erledigen möchte. Gucken wir mal. Okay. Gut. Vorsichtshalber habe ich mich mal umgezogen, weil ich... Ich wusste, ob ich jetzt mit dem Mann oder wie die sich da verhalten, die Assassinen, aber trotzdem könnte ich jetzt mich wieder umziehen. So. Nein, 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 nein. Rüstungen. Das ist jetzt hier die bessere. Und dann gucken wir mal, wo sich hier die... Vielen, vielen, vielen... Da zum Beispiel schwarzer Troll. Noch so ein Troll. Noch so ein Troll. Ach, ist das Oll. Überall Trolle. So. Das ist ziemlich viel. Gucken wir mal, wie viele Monster schrumpfen ich habe. Ob da überhaupt was ist? Ja, vier Monster schrumpfen habe ich. Also, dann würde ich doch mal sagen, dass ich mal hier diesen kleinen Dornigen mal heraushole. Weil der ist für mich ein bisschen gefährlicher. Ja, mach mal die Breite. Und da hinten ist auch noch einer. So. Tolle Nummer. Zu spät geschrumpft. So. Das war's. Mit dem schwarzen Wüstentroll. So ein bisschen aufgefrischt. Mana getankt. Und, äh... Jetzt gehen wir zu dem nächsten schwarzen Wüstentroll. Der ist dort. Dann werde ich die Sache von der äußeren Seite mal angehen. Mal ein bisschen mit Tic-Tac angehen. Mit Taktik. Uah. Die hauchen mir schon in den Hals rein hier. Okay. Diesmal nicht zu spät vergessen. Und da ist er. Er sieht klasse aus. So komm. Jetzt mach was. Ah, wunderbar. So, erstmal die Animation abwarten. Dann dürfte es klappen. Der haut sogar ab. Wie süß. Der haut sogar ab. Alter, keine Schanze. Keine Schanze. Dann haben wir die noch. Und die versuche ich dann mal konventionell zu erledigen. Mit dem Zweihänder, der richtig gute Reihschweide hat. Komm. Dreh dich um. Popo wegdrehen. Richtig. So, warte mal. Den holen wir ein bisschen hier hin. Genau. Dann kommen wir hier so ein bisschen hin. Und dann. Au. 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 Der kann aber austeilen hier. Meine Herren. Gucken. Vielleicht kann ich ihn ja ein bisschen. Ich komme leider nicht an sein Popo ran. Das ist doof. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das. Jeder Treffer hier. Wenn der Sch... Jeder Schlager einen Treffer misst. Muss ich anders machen. Mal gucken, ob dem Troll der große Feuersturm was ausmacht. Und zwar von hinten. Los. Komm. Ha. Das war doch cool. Perfekt. Ja. Xythos. Ach, da ist noch so einer. Das glaube ich jetzt nicht. Speichere ich nochmal. So. Mana getrunken. Und jetzt gehen wir mal hier zu diesem Troll hin. Mist. Der darf sich nicht umdrehen. Jetzt guckt er in meine Richtung. Gucken. Vielleicht funzt der Feuersturm auch von vorne, weil ich das Gefühl habe, dass... Ah, Glück gehabt. Voll zwischen den Beinen. Haben wir den auch. Jetzt wird es ein bisschen übel hier. So. Was haben wir denn hier an Feuersturm... Na, sonst... Ja, das waren meine Feuerstürme. Mehr habe ich nicht. Jetzt sind da noch zwei... Oh, war ja. Okay. Eingeladen habe ich jetzt den großen Feuerball. Schauen wir mal. Also wirklich. Ihr habt recht. Magie ist in diesem Spiel unverzichtbar. Unverzichtbar. Oh, war ja... Da flog ich hin. Ah, den hat es nicht so erwischt. Das ist nicht so pralle. Und ich werde ihn garantiert auch so nicht kriegen können. Weil da wäre ich zu nah dran. Was mache ich dann? Versuche mal ein bisschen mehr Abstand zu kriegen. Und dann mir einen Sprengpfeil zu laden. Ganz fix und schnell. Okay. So, zurück zu den Waffen. Oh, es wird... Es wird... Okay. Nein. Bitte das. Ihm vertippt. Ja, das kommt gut hin. Okay. Ein Glück, dass sie nicht so fix sind. Diese klobigen Hainies da. Na, wurde ein bisschen kränklich. Also. Aber trotzdem. Ja, muss auch mal treffen. Der hört sich an, als würde er irgendwie durchrülpsen hier. So. Ah, es könnte klappen. Ja, wunderbar. Perfekt, lieber Troll. Jetzt bist du oll. Ja, dann hätten wir jetzt nur noch diesen einen da. Wo ist er denn? Und zwar ihn hier. Dieser schwarze Wüsten-Troll. Hm. Ich speichere mal. Okay. Ich mache noch mal diesen Hainz mit Schrumpfen. Fertig? Oder kleine? Nee, nicht so schnell. Nicht so schnell. Okay. Auch das ist jetzt passiert. Hallo? Vorbei. Mann, sein Stach liegen unten. Jetzt hau nicht so ab. Okay. Haben wir den auch. Perfekt. Und die beiden werde ich dann wieder mit meinem sprengenden Pfeil. Ach nee, den muss ich erstmal ein. Ich habe ja neu geladen. Moment mal. Mein Sprengpfeil natürlich wieder einsetzen. Dann gucken. Jetzt hat er sich so weit umgedreht, dass er, dass der Pfeil vorbeiging. Budele und wieder umdrehen. Ein paar Mal schießen. Wunderbar. Nur nicht zu nahe kommen. Nicht wahr? Immer schön Abstand halten. Oh, ich werde riskanter. Ah, da hinten ist Sense. Wenn der mich dann treffen sollte, dann bin ich über die Klippe. Also in die Richtung, bitte sehr. Alter, war das knapp. Jetzt trifft doch. Ja, das war es. Zu riskant. Soweit ich das überblicken kann, sind es nur noch zwei Trolle, die ich konventionell mit dem Sprengpfeil mal. Also schießen, warten, bis er so ein bisschen näher kommt. Und nicht zu nah heranlassen, natürlich. Das ist immer so hakelig. Immer eine Gratwanderung. In dem Moment, wo ich dann loslaufen will, dann macht er noch irgendwie, versucht er noch den Bogen wegzupacken oder sowas. Oder seine Hände zu richten. Diesmal ging es fixer. Oh, ha, ha, ha. So. Boah, Alter. Das sind doch noch mindestens zwei Schüsse, die treffen müssen. Die trefft er nicht. Ich fasse es nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Was ist das? Was ist das für ein Algorithmus, bitte sehr. Endlich. Wow. Wunderbar. Super. Dann hätten wir jetzt nur noch den einen da hinten. Also, kann ja immer noch welche geben. Aber ich sehe nur noch diesen einen. Wow, wow, wow. Okidoki. Weichern nicht vergessen. Mal gucken, ob wir den auch so smooth wegkriegen. Ah. Oh, der hat getroffen. Schim, 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 schim. Ihr seht, was ich meine. Ich drehe mich um. Dann braucht er erstmal so eine halbe Sekunde, bis er dann ins Rennen kommt. Deswegen immer schön Abstand halten. Also, ich meine jetzt beim Kampf. Nicht beim Einkaufen oder sowas. Hier hat sich das alles so gesammelt. Oh, nicht so ab. Gucken, da können wir gleich mal gucken, ob hier noch mehr Trolle hier oben trollen. Nee, das nicht. Justamente. So, noch ein paar Schüsschen. Und dann dürfte auch dieser Troll erledigt sein. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Experience Points gemacht. Alter. Immer bei dem letzten Fitzelchen. Endlich. Endlich. Wunderbar. Perfekt. Auch das einmal. Das war ein Kampf, was? Gucken wir mal auf die Potenz. Nächste Stufe 138. Nee, Quatsch. Eine Million. War nicht mehr so viel. Okidoki. Jetzt geht's woanders hin, wie ich das ja zuerst vorgeschlagen hatte. Was ich machen wollte. So, da ist der Heini hier. Okay. Machen wir den Printbug. Musik ist jetzt wieder weg. Hier ist der Sockel. Jetzt haben wir den Fokus hier draufgelegt. Und der Teleporter ist aktiv. Abgespeichert habe ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es mich dahin... Steinwaffe. Oh, weia. Der hat mich ganz knapp erwischt. Mann, oh Mann. So, dann werden wir uns gleich mal bewaffen, bevor wir da reingehen. Ah, Mist. Immer dieses blöde Ringelchen, ne? Aber diesmal ist das Ganze links unten. Jetzt... Oh, da ist er. Da ist er. Da ist er. Direkt neben mir. Oh, der zieht aber durch, du. Was hat denn der Steinwächter? Der hat nichts zu holen. Okay. Gucken wir uns. Hier ist noch ein... Noch ein Teleport. Hier haben wir Steintafel der Magie. Ja, das könnte uns weiterhelfen, in den fünften Kreis zu kommen. Hier geht es irgendwo hoch. Jetzt gucke ich aber nochmal genau hier hin. Oh, ich muss mich mal wieder ärztlich versorgen. Das werde ich mal eben machen. Auf dich gehe ich noch nicht drauf. Sondern ich werde da oben hochgehen. Zwar ziehe ich mal meine Torch. Okay, da bin ich halt eben langsamer. Und ich glaube, da haben wir wieder ein paar Steinteufel da. Oder Steinwachen. Ah. Ja, ich wusste es. Wo kam er denn her? Da. Links davon. Hm. Ja, und das geübte Auge, Zuschauerauge, sieht natürlich mehr als das Let's Player Auge. Hier ist nämlich was. Aha. Oh, nee, ne? Gleich zwei von der Sorte. Nein. Ich habe den El Bastardo jetzt mal gezogen. Nee, bringt auch nichts, weil ich meine schneller gewesen zu sein mit dem El Bastardo. So, diesmal habe ich den Sturmknecht auch angezogen. Und ich hoffe, dass der ein bisschen besser ist, weil das ist ja Steinzeug. Jetzt muss ich mal wieder hier die Position finden, dass ich... Du sollst hier bitte draufklettern und diesen... So. Gehe ich mal wieder hier in die Ecke rein. Vielleicht bringt das ja was. Jetzt mal kommen sie nicht raus. Dann war ich wohl schneller, was? Da ist er. Aha. Oh, 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 oh. Viel zu viel, viel zu viel. Viel zu viele Steinwächter. Oh, 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 oh. Was mache ich jetzt? Schnell was trinken? Mache ich. Oh, 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 oh. Ich bin aufgeregt, Leute. Ich bin aufgeregt. Okay, ähm. Speichere ich nochmal ab. Weiter geht's. Da ist er. Gibt auch nicht hier an seinen eigenen Kumpels vorbei. Nicht so sch... Oh, 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 oh. Ich bin wieder Lidia. Ich bin wieder... Oh, kaputt. So, da ist der Erste. Okay, der hat mir ein bisschen was... Hallo. Okay, der ist jetzt auch kaputt. Der andere ist noch ein bisschen am zappeln. Das seht ihr. Ich speichere auf jeden Fall nochmal ab. Ich wusste ja gar nicht, dass die sowas von hartnäckig sind. So, komm doch endlich mal um die Ecke hier. Und ich darf auch nicht zu weit... Wie viel sind's denn noch? Sind noch Zweier. Okay. Aha, okay. So. Trinken speichern. Wo treibt er sich denn jetzt rum? Da ist er. Okay. Wow, liebe Leute. Coole Sache. Hier ist nochmal ein Schalter, aber ich werde nochmal Unterschriften sicherheitshalber, bevor ich es vergesse, mal diese Steintafel der Magie lesen. Denn das gibt Mana plus 6. Okay, nee, dann lag ich wieder falsch mit meinem... Ich dachte, das gäbe jetzt hier richtig schön viel magisches Wissen, aber leider ist dem nicht so. Ich traue mich gar nicht mehr weiterzugehen. Aber wat mutt, dat mutt, sagt der Hamburger so schön. So, wenn ich jetzt auf das Knöpfe drücke, ich muss erstmal den Raum hier untersuchen, geht garantiert hier diese Tür auf, am Ende dieses Raumes. Dann kommt wahrscheinlich wieder so eine Horde. Aber trotzdem, ich gehe erstmal wieder hier rum. Und... Ja, toll. Naja, ich glaube, ich brauche ja nicht so schnell... So, der Typ hier ist nämlich hier auf der linken Seite. Ja, schon beim ersten. Da ist er. Okay, ist kaputt, Nick. Nicht zu holen. Gucken wir uns das mal hier genauer an. Ah, hier wieder so eine Runentafel. Hier ist ein großer alter Steinheinz. So wie ich das wieder sehe hier. Ja, Steinwächter. Wie viel sind es denn hier? Komm, will ich wieder haben. Wegstecken. Oh weia, wie viel sind es denn jetzt noch? Ah, ich nehme jetzt mal einen Spruch, den ich eigentlich nie genommen habe. Windfaust? Oha, Moment. Oha, Moment. Nee, das bringt nichts. Das ist dull. Leider hat die Windfaust nichts gebracht oder ich war noch zu nah dran. Ach, wie lustig. Das bringt jetzt gar nichts. Aber er steht dort. Ich werde mal meinen Pfeil einladen. Und zwar... Ja, Leute, tut mir leid, ich muss erst mal selber gucken. Weil ich habe magische Pfeile, ein Magie-Pfeil. Vielleicht bringt der was. Okay. Öfter mal was anderes ausprobieren im Kampf. Wunderbar. Jump. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch in dem Raum haben. 30 Minuten brutto jetzt. Weiß ich, dass ich noch... Ja, natürlich. Okay. So, das gleiche noch mal. Habe ich natürlich vorher nicht nachgeguckt, wie viel Magie-Pfeile ich habe. Das war's. An Magie-Pfeil. Leider. Okay. Er hat ja nicht mehr so viel. Oh, jetzt kommt er an. Und... ...muss leider da niederliegen. Haha. Okay, noch mal speichern. Jetzt habe ich mir sicherheitshalber den Sprengpfeil gewählt. Das müsste die Steine doch auch mal ein bisschen auseinander fritzeln. Hier ist nichts. Also, ich muss noch unten in den Raum die eine Tür öffnen. Aber wo geht's denn hier oben hoch? Das ist die große Frage. Aha. Mann, noch mal, noch mal. Ist das verwinkelt hier. Da ist er wieder. Mal gucken. Okay. Das ist schon mal klasse. Ah, der Sprengpfeil bringt was. Auf alle Fälle sprengt er hier unsere Freunde. Wunderbar. So. Okay, war es der Letzter? Hier, nee, nee, nee. Hier ist noch ein Raum. Ich gehe jetzt noch weiter nach oben. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, ich gehe noch mal ganz nach unten, bevor ich mich hier ganz verrenne und mache da unten noch mal weiter. Auf den einen Knöp... Auf das eine Knöpsche drüge. Auf das eine Knöpsche drüge. Ich habe einen kleinen Sprung gemacht, aber die Richtung hat gestimmt, also. Das Knöpschen haben wir jetzt gedrückt. Da hat sich natürlich was geöffnet. Oh, 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 oh. Die Teile sind natürlich richtig fies positioniert, wenn sie es denn sind. Ja, ich höre sie doch schon. Woher kommt er denn? Okay, es gibt Rückschläge bei ihm. Okay. Auch geschafft. Okay, gucken wir auf jeden Fall hier noch mal rum. Ja, da ist auch wieder einer. Och, den mache ich mal hier. Mit ihm hier. Na, wo bist du? Der bleibt da hängen. Na, okay. Wenn der da hängen bleibt. Oh, kommt mir gefährlich nah. Ah, aber. Aber. Jetzt fang, fall doch zusammen. Sehr gut. Oh, ich habe nicht so viel abgekriegt. Hier ist wieder so eine Tür. Ja, liebe Freunde. Das ist sehr, sehr vertrackt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das dieser superschöne Dungeon ist, von dem ihr geredet habt in der Folge in meinen Kommentaren. Aber ich glaube eher nicht, weil das ist ja keine Pyramide hier. Oder? Da ist oben drüber eine Pyramide. Sorry. Verbessert mich, wenn dem nicht so ist. Ach, hier haben wir wieder ein Knöpfchen. Bevor ich auf das Knöpfchen drücke, mache ich aber Schluss und bedanke mich für diese kämpferische Folge. Okay. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020